hallo und herzlich willkommen zu einer runde heroes of the storm bei den adventures fridays ich würde sagen wir machen eine spielrunde hier weiter ich habe nicht mehr weiter gespielt so wie es aussieht und da will ich jetzt den krieger spielen und es gibt es anscheinend wie eine neue figur in dem spiel wir geben auf spiel ich suche mir jetzt meinen krieger aus k.i lassen wir mal schnell spiel krieger 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 wir haben einen vierer krieger fünfer vierer die ich ahne mit der kam ich auch nicht so recht bleiben wir bei einem den wir halt gekauft haben um den bisschen aufzuwerten also haben wir den ETC den fand ich schon damals cool ist allerdings jetzt nicht mehr ganz so stark aber okay ja das spiel geht auch nicht warum kann ich ihn spielen die spielrunden sind zurzeit nicht verfügbar ich verstehe das nicht warum kann ich was zum teufel geht denn ach geht doch muss man erstmal ein bisschen fluchen damit es geht jetzt spielen wir wieder gegen den kenner k.i mein telefon klingelt ok 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 dann werden wir mal gleich hier anfangen ok 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 nächste woche werde ich leider am freitag nicht spielen können weil da bin ich ja dann weg und lasst den kampf beginnen ja also nächste woche kein advanches friday ok ok ich probiere am donners auch noch abends was zu spielen bevor ich zum flughafen gehe da bin ich dabei ok ja 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 das lasse ich mir nichts machen so weg hier weg hier weg hier weg hier ich will nicht sterben schnellst du den heilpunnen ok aber schnell geheilt meine güte dauert aber ganz schön schaden raus hier kann man ja so machen wir mal schnell auf reiten zurück und 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 hoffen dass noch alles heil ist ja es ist noch alles heil ok schnell weg da auf mich geschossen kann doch nicht wahr sein in der mitte brechen sie fast durch ich ach du war ja und ja Tom kaputt und das Toshinau kaputtchen kann doch kurz unterbrechen und weglaufen und nicht sterben Mist das haben die den Punkt haben die die egal klar ich bin Level 6 ja das müsste passen Sooo Nice nice Oh guck mal da reitet auf den Schwenchen Na super Da waren wir einmal nur nicht kurz da und schon haben sie Da oben Einfach quer durchlaufen Da ist der Boss Den machen wir nicht Ah gut Ich bin noch weit genug weg Ach mensch Das kann doch nicht sein Was soll denn das hier Oh 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 Ach je Ein bisschen aufladen hier Oh 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 Na gut Dann rennen wir lieber da hin Oh Yes 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 Oh perfect Gut gekämpft mit Schreiter Oh 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 Jesus Oh Hey Gehen wir lieber erstmal dahin und schnell Oh auf dem Boss hab ich keinen Bock und ein paar Punkte nochmal schnell holen dieses Mal genügend Tribut zäumen so schnell hochreiten euer Gegner hat ein Fonds zerstört da war ja eigentlich klar dass ich da sterben muss aber jetzt haben die einen großen Vorteil die Türme schießen jetzt nicht mehr jetzt muss ich erstmal nach oben gehen und hier super und weg jetzt rennen sie hier durch wie lange dauert das noch? 14 Sekunden 10 Sekunden noch ok der schießt wenigstens noch die Runde werde ich verlieren nein ach was denn 6 1 2 2 2 2 2 3 Gut getötet. Ach Mensch. Guck mal, die sind jetzt schon 15 und vier ist 12. Das kann doch nicht wahr sein. Das macht doch keinen Spaß. Hau den um, hau den um. Ach Mensch. Jetzt muss ich auch noch oben lang gehen. Ja, los, hau ihn, hau ihn, hau ihn. Schnell. Ach Mensch. Ich bin eurer lächerlichen Strecke. Dankeschön. Das ist jetzt unsere einzigste Chance. Dankeschön. Okay. Und 23. Chance. Schnell aufladen. Schnell aufladen. Wunsch schwein. Ich wäre zwar, wunderschön, in den Bänden oder in den Bänden, dass ihr das beste daraus gemacht habt. steht doch nicht alle Milch hier die muss ich noch kriegen ach Mensch schon wieder nicht das macht doch kein Spaß los halte doch da hin das war glaube ich erst Offset hin ich glaube damals war das konntest hin klicken in Offset hin ist dann sofort weitergeritten aber das macht er nicht mehr ich werde euch beistehen Boss mit Schreiter Los, stirb schneller. Okay. So, die einzigste Chance ist wirklich nur noch... Jetzt mal hier die Basis wieder ein bisschen geschützt. Oh, die sind hinter mir her. Da bin ich dabei! Sollt mir Kribut oder stimmt euch... Hä? Schnell aufladen... Oh, das geht ein bisschen schneller. Oh. Hammer hard! Hammer so fast! Das war's. Nein, die brechen jetzt unten durch. Hau ihn um! Hau ihn um! Mensch! Ist von denen die Zitarelle mehr kaputt wie unsere? Oh, jo. Lol. Ich dachte wir wären schlechter. Na ja, ok. Eigentlich sind wir auch schlechter. Nein. Ich bin eurer lächerlichen Streiterein. Los, Leute, holt das. Oh, da habt ihr wohl eine Festung verloren. Halt du schneller. Wir dürfen den nicht holen. Halt du schneller. Wir dürfen den nicht holen. Ich werde meinen Fluch spüren. Und sofort steigen die Dezibel. Also soll doch sie weg dafür. Weil wir wohnen mit den Schörações zu werfen. Das ist das finde ich es so. Ach, das ist einmal verloren. Na gut, so leute das war es für heute, nächst wochen wie gesagt kommt das jetzt nicht gott sei dank mal eine woche ruhe vor dem verlieren haben wir euch viel spaß und bis zum nächsten mal